Ein Stück, müsstet ihr mal ein Wort auswendig können. Ja, wie wird's euch erqueren, die Stimme? Ein einziges Wort. Schottland heißt das! Echt? Oder Syrien! Was, Mann? Wollen wir wirklich das machen? Wir brüllen immer schön zusammen. Vermietiges! Vermietiges! Na gut, dann machen wir einfach aus, ein Stück, reing. Gespielt auf! Nichtschottischen! Dudelsäcke! Von Nichtschottischen! Dudelsackspieler! Ohne schottische Unterwäsche! Ohne schottische Wetter! Zum Glück! Und auch leider, 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 ohne schottischen Whisky! Spontan, 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 wir machen das nochmal spontan! Und liebes Volk auch! Leider, 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 ohne schottischen Whisky! Ohhhh! Was kann man da ändern? Hättet ihr nie gedacht, dass euch das so nahe geht, dass wir kein Whisky haben? Uuuuh! Aber liebes Volk, ihr könnt das Ende ein kleines 30 Liter Fass hier vorn die Bühne bringen, auf der Treppe abstellen, kurz dahinter laufen, wieder zurückkommen, dann könnt ihr das Lehrgut mitnehmen, um den Inhalt verlössern und kümmern. Und weil das stimmt, bleibt so völlig, 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 und Schottischist haben wir es kurzerhand genannt! Mit dir, Schottel! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018